Das mit iTunes 12 ist eine tolle Sache, sehr komplex und umfangreich und darum würde ich natürlich Lektüre empfehlen. Ganz neu ist das Apple Music. Ich habe seit zwei Monaten im Abo und finde es ganz toll, weil unter anderem auch Playlists zur Verfügung stehen, die für jeden Zweck geeignet sind, zum Beispiel Gäste zu unterhalten oder im Auto zu fahren. Ja und da habe ich auch mein Lieblingslied entdeckt.